Ladies and gentlemen, liebe Pelikaner, willkommen zurück zu Call of Duty World at War. Bolle hat uns leider verlassen, weil Bolle traurig ist. Weil er einfach zu dick ist. Genau, weil er einfach zu dick ist. BQL ist wahrscheinlich jetzt erstmal ein paar Folgen nicht dabei, weil anscheinend hat er keine Lust und spielt lieber so ein semi-gutes Spiel wie Counter-Strike, anstatt natürlich Call of Duty World at War mit uns, mit seinen Companions zu spielen. Und Bolle ist einfach dick. Und ich würde sagen, der Löwenherz und ich, wir machen das einfach. Hast du auf die schwerste Schwierigkeitsstufe gestellt? Ach ja, da war ja noch was. Ja, das muss schon schwer sein, weil sonst lohnt sich das nicht. Spielmodus, Schwierigkeitssoldat, Veteran. Genau, das ist es. Veteran, Junge. Veteran ist so. Hat sich das jetzt auch gespeichert? Warte, ich kontrolle nochmal. Ja, gespeichert. Gut. Okay, go, go, go. Geld ist Zeit. Okay, wir starten. Koophosts können Freunde in eine Online-Lobby einladen, bevor das eigentliche Spiel beginnt. Okay. Ja, der, siehst du auch das Bild? Der rechts macht so einen richtigen Matrix-Move. Ja, Mann, ich glaube, da hat gerade so eine richtige Kugel kassiert, Alter, und fällt halt. Däger. Okay, hub doch einfach. Also, das habe ich sogar gehört. Ja, gießen geht ordentlich ab. Äh, Goldschirm gewinnt halt 3-0. Das 200-mm-Geschütze hat White Beach im Visier. Wir haben gesehen, was dann an der Küste passiert. Jeder versucht, Verstärkung herzubringen, führt zum selben Ergebnis. Es gibt ein Blutbad. Ja, der Gipfel. Ja, Herr Rot, welcher Gordon hat alle weiteren Landungen untersagt, bis die Kanonen ausgeschaltet sind? Alle Herren, die Japaner verfügen über ein Netzwerk von Tunnel und Höhlen, die durch den Felsen führen. Wir versuchen, sie mit den Hunden rauszuscheuchen. Aber wir alle wissen, wie stur diese Bastarde sind. Rechnet mit heftigen Nahkämpfen. Die werden von allen Seiten kommen. Immer gegenseitig Deckung geben. Nicht überraschen lassen. Unter vom scheiß Panzer, Motherfuckers. Gib mir eine Waffe. Oh, ich habe einen Shotgun. Shotgun of Motherfuckers. Schau dir einfach weg. Kanade. Wie denn hinlegen, ist blockiert. Okay, ich hab's. Dann können wir nochmal aufstehen. Leon, wir save me, Motherfucker. Ich bin tot. Aua, ich bin auch tot. Och, Löwenherz. Ja, weil ich zu dir rennen wollte. Och, Löwenherz. Japanische Infanterie, hinter diesen ungestärbten Baunen. Wie denn, ich bin tot. Was? Ich habe einen Wegstatt bekommen. Jo, hilf mal, Bro. Sergeant Bojorkwiss, please help. Help. Sergeant Bojorkwiss, help. I'm dying. Boah, ich lebe wieder. Motherfuckers. Batrack. Batrack. Motherfucker. Ich hab mich eingetroffen. Wow, ich hab ein ganzes Magazin weggeballert. Ich hab mich eingetroffen. Fühls gut. Oh, Schuss, Granat, komm. Noch eine. Alter, links von dir. Löwenherz links. der noob ist wieder gestorben ich habe mich eingetötet ich habe ein paar getötet ich muss schon wieder nachlaufen ich habe auch eins aber jetzt habe ich einen weggewutschert den habe ich beautiful weggehauen ich habe auch beautiful einfach boah der ist richtig geplatzt ich muss auf jeden fall nein nein ich bin explodiert ich bin overextendet du bist richtig ja ich dachte gib ihn gib ihn du hast gar keine Stücke Alter ich werde so weggebombt von den Grenades ja man die schmeißen nur beim Hafen das ist voll die nübs du hast du hilfst mir schon oh Grenade Grenade fuck mother fuckers ich bin tot ich bin tot ich bin genau rein ich habe die nicht mal gesehen wir müssen das irgendwie ein bisschen taktischer machen hier ist das Smartspiel na bolle der Dummkopf fehlt müssen wir irgendwie what ich wurde einfach von unserem Panzer überfahren hehehe well done was 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 ich dachte die Pante sind nicht am geschockten Alter ich sehe die nicht nach vorne wo was wo wir müssen aufrücken und sie aus dem Gefecht nein das ist meine geworden versuchen wir zu dir zu kommen ist unglaublich wie schnell man stirbt ja die habe ich schon helle gegeben das ist so nachladen das gibt es nicht man ich bin jetzt leider tot Löwen, jetzt bist du overextended wir scheißgranaten geben uns auf die cojones und jetzt muss ich retten und darf nicht sterben ok, save me stirb, stirb, stirb digga boah alter was süß scheiße, 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 scheiße fuck dinge, diese behinderten NPCs machen auch nix sondern chillen da und wenn die totlust drehen, die sich um fucking cocksucker, man ich weiß, dass sie das sind Arterieur-Gott-Auschen ist hier ja unterwegs ich sehe es, wie hier ist denn dein scheiß Panzer und sie außer Gefecht setzen scheiße, Kranate ok, ich bin nicht erst mal befördert nein, 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 fuck you, fuck alles gut, ich bin hinter dir alles gut runter, runter, Granate ok, halt nicht alles gut ich sehe sie, genau ganz granate, direkt hier das ist der oh no warum, genau da liegt ne Granate genau in dem Moment, wo ich das nicht habe oh japanische Infanterie hinter diesen ungestürzten Baum alle noch die Puffler Hilfe Atelier aus Nord-Osten ist hier ja unterwegs wir müssen aufrücken und sie außer Gefecht setzen runter kommt genau hierher wer hat zerweckt dann kann ich vermutlich verflanken hier Feindbewegung das Schussbett das ist die richtige Einschränkung, Sergeant Roebuck immer draufballern im linken rum o ich bin die ganze Zeit bei dir ich weiß dass sie da sind ich weiß dass sie da sind ich weiß dass sie da sind und nach vorne ging ah, Alter im linken ich bin, ich bin die links von dir boah Art boah scheiße Ich brauche ein Feuer, schade nach! Achtung, Granate! Alter, diese gefickten Granaten, Mann! Ja, ich bin reingelaufen, weggelaufen. Oh, ich bin wieder genau in einen rein. Oh, ich muss hier irgendwo hinstellen und warten kurz. Okay. Von wo wurde ich getroffen? What? Wow, das hat mich wieder was verlegt. Ey, ich hatte irgendeinen MG oder so weggezwiebelt. Durch den Baum und durch. Ja, ich krieg einen Hütte und bin fast down. Und diese gefickten Granaten, die mir gesagt hat, die Eier. Wir müssen raus, ruf heit, ruf heit! Nein, nein! Wir bringen ihn nicht mehr, nicht mehr. Wir müssen raus, ruf heit! Wir müssen raus, ruf heit! Dass seine Verdaten war! DIE LINKE, du verd Daten ist nie! Ja, ich bin dran. Dann kommen wir auf! Wir müssen raus, ruf Heit! Wir müssen raus, ruf Heit! Mach deine Börne da runter! Ich weiß, dass sie da sind! Wie muss ich diesen Wichschen runter wegladen? Oh, ich hätte von hinten angegriffen! Was? Der kam aus dem Bursch! Bonsai-Angriff hat er doch gesagt! Beste Taub! Boah! Beste Granate! Geh in Deckung! In Deckung, da kommt ne Granate! So, verraucht Granaten! Fuck you! Ach du Scheiße, hier sind 1000 Granaten auf einmal gewesen! Die sind auf einmal einfach da! Die liegen da und du hast dich beeiligt! Der polnische Infarktrie! Hinter diesen umgestürmten Maus! Fuck you Motherfuckers! Fuck you! Wir machen das jetzt anders! Wir müssen aufrücken und sie aus der Gepäck wird! Jetzt! Oh! Oh! Das ist ja meine Ops! Oh man, der ist einfach vorgestürmt! Voll her! Scheiße! Alate! Wir gehen in langes Bluffen! Dankiert Sie! Da sind wir gerade beide gleichzeitig gestorben! Ja man! Alter! Das kann doch! Wir verfragen ja, dass wir das erste nicht tun! Japanische Infarktrie! Hinter diesen ungestürmten Maus! Ja! Oh! Oh! Wir müssen aufrücken und sie aus der Gepäck! Ich kann mich nicht bewegen! Achso! Wegen DASD! Oh! DASD hüpfe weiter auf jeden Fall! Kannst du dich mal rücken? Nein! Oh! 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 Ich dachte ich schaff's just in time, aber... Wir haben einfach nur noch... Oh! 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 Ja! Okay, du bist tot. Ich bin tot! Okay? Das läuft gut! GG, gut zu spielen! Japanische Infanterie! Die japanische Infanterie! Die japanische Infanterie! Achtet ihr auf der Gäste hier unter mich! Wir müssen rausrücken und die Aufergekünfte! Wir müssen rausrücken und die Aufergekünfte diese Schweine! Die will nicht mehr Granaten lieben, den Mann! Der wollte gerade zwei aufheben! Wir werden etwa sechs an Nacht hier rüber gespricht. In Deckung! Da kommt die Granate! Das kriegt einer! Das Leben ist kein Konto! Ich hab mal zugesmalkt, damit wir langsam nach vorne arbeiten können, wenigstens ein bisschen. In Deckung! Da kommt eine Granate! Wir gehen ins langes Blöck weg! Blöckieren Sie! Alter, das gibt's nicht. Ich weiß nicht von wo. Wir haben hier gerade hier oben auf dem Bügel alles aufeinander. Yo, du, ich bin tot, ne? Was? Ich bin tot! Ich bin tot! Du musst nach rechts laufen, Löwenheads! Oh mein Gott! Ich muss mich... Ich muss mich... Oh! Oh! Er hat dich übel gefackt! Du bist im Bügel weggeflogen! Man hat immer so... Gehört! Hinter diesen ungestürzten Baum! Der Restige Haut, Ole! Du bist im Bügel! Oh mein Gott! Wir müssen rausrücken und die andere gefackt werden! Ich muss dich ja diese gefackten Granaten machen! Okay! Wir müssen das anders machen! Aber ich weiß nicht was. Japanische Infanterie! Also, ich mach ein paar Rauchgranaten. Alle am besten gleich! Bahn! Gleich erst mal sterben! Fick dich! Sechs Granaten legen schon neben mir! Sweet Baby Jesus! Fick dich. Fick dich. Noch eine Granate in mein Gesicht. Jawohl. Bist du schon tot? Ja, ich komme. Ist doch alles zugesmoggt von den Motherfuckern. Ja, ich smoke jetzt hier vorne wieder. Dann geht's. Alter! Fick dich. Fick dich. Ich versuche zu dir zu kommen. Wir sind aber wieder Granatenbemuderfreig. Scheiße. Ich komme, ich komme. Ich sehe dich. Motherfucker. Ich bin fast down. Wenn jetzt die Granate kommt, ist es vorbei. Oh! Alter! Loll! Du bist schön hinter dir, ne? Ja, das Problem. Achso, du bist schon da. Ich dachte, du bist weitergelaufen. Da kommt eine Menge Infanterie auf uns zu. Da links! Hinterm, hinterm fucking, hinterm Stein. Oder ist es schon down? Ich habe keine Ahnung, ob ich laut die Tür gelaufen. Oh nein, hier steht einer! Okay, hier ist er auf. Hinterm motherfucker steht auch. Ich bin fast in der Tür. Ich bin fast in der Tür. Ich bin fast in der Tür. Okay, okay. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ich muss. Ich muss ja, oh shit. Alter. Fuck you. Ich bin fast in der Tür. Ich weiß, dass sie da sind. Oh nein! Ich bin gespannt. Ich habe heute getroffen. Und so laut. Spaß mit seinem Bannwall, Alter. Oh, ihr seh mich durchs Gras. Das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Was machen wir unseren Scheißmates eigentlich? Wir haben keine. Scheiße, die sind in der Überzahl. Ah, wir sind vorne beim Checkpoint. Okay, okay, okay. Gib mir noch 6 Hits. Ja, ich möchte, dass ich von einem Smoke bin. Hinterm Stein dauer. Achtung, da kommt eine Granate auf dich zu. Da hab ich anscheinend ein paar getroffen. Ich auch. Ich hab jetzt die Waffe bewechselt. Scheiß auf das SMG. Man, das kurze, präzise Bretter. Ich krieg sie jetzt nicht mehr. Achtung, Granate! Da ist eine verdammt große Feindbewegung! Ich treff nix. Mir! Lauf auf das neue 25mm! Auf den Bunker links achten! Ihr muss gesichert werden! Ich bin hinter dir. Oh, ne. Oh, fuck, fuck! Hat nicht geboren seid! Wie macht man nochmal das eine? Was? Äh, Nahkampf. V, glaub ich V. Shit. Ja, stimmt. Shit. Das Ding ist, du schießt ihm in seinen scheiß Rücken und er chillt. Er sagt, ja okay. Was? Was? Digga, was? Was geben die mir denn? Ich bin hinter Saugzecken. Die geben einfach mir zu Worte, ey. Da kommt eine Menge Infanterie auf uns zu. Was? Ich hab viele da so. Oh, ne. Leute, jetzt sind die tot, alter. Was soll das? Die waren nix. Ich bin hinter Saugzecken. Was ist das? Ich bin geduckt hinter Saugzecken im Spiel, ja? Geduckt reicht nicht. Geduckt, dann sehen die deinen Kopf. Alter. Er muss gesichert werden. Ich muss das nicht chillen. Granate. Eine Granate. Ist das mal her? Ja, ich werfe dir einen Namen. Granate. Du musst das machen, ich werfe Granate. Du musst das machen. Du musst das machen. Du musst das machen. Scheiße. Granate. Ich komme, motherfucker. Ich komme hier einen Kopf. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Wie ist das auch so. Oh, shit. Das sah so cool aus. Eine Granate. Diese Schweine. Diese Pigs. Welcher von Bunker, glaube ich. Einer übrig. Get the fucking Bunker, Motherfuckers. Da ist noch einer weiter vorne. Sichern, damit unsere Panzer vorrücken. Woah, 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 woah. Yo, what the fuck, der ist alles vorbei gelaufen. Der will dich bunt sein. Ja, hinter dir, du Scheiße, alter. Der wollte aber mich bunt sein. Ja, man, der ist richtig... Oh nein, oh nein, Granate. Ich komme. So, save deinen Kopf. Ja, ich wurde hier totes geblockt von Sergeant Robot. Ja, das sind alles fucking Bots. Oh. Das sind alles. Das sind alles. Dann legt sich nichts mehr. Granate, runter. Fuck, das bin ich. Digga, da kommen einfach drei Granaten. Zehn. Runter, runter. Das sind gelutschten Granaten, Alter. Das sind gelutschte, nicht mehr. Oh nein, ich bin schon. Das sind gelutscht. Das ist gelutscht. Das ist gelutscht. Oh nein, ich bin schon. Das habe ich schon gelutscht. Was ist das? Das ist gelutscht, nicht mehr. Ich bin schon. Das ist euer. Da ist eine Granate irgendwo. Alter, du gehst hoch und du kriegst sofort 6 Headshots. Ja, der hat jetzt auch ein bisschen gekriegt. Lade nach! Achtung, da kommt eine Granate auf dich zu! Ich hatte die Röder nicht gestorben. Alter. Das ist eine verdammt große Feindbewegung in unserer Richtung. F*** dich! Licht aus! Eine Granate, diese Schweine! Entdeckung, Granate! WTF? Alter, diese Gef... Wie viele Granaten haben die denn? Ja, die haben 150 Granaten. Das ist richtig unlogisch. Jeder hat maximal einen Counter-Strike. Da ist noch einer weiter vorne! Sichern, damit unsere Panzer vorrücken können! Was gibt's eigentlich hier? Gibt's hier irgendwas cooles? Muni. Weiter, weiter! Ich hab dich schon! Jetzt hab ich zweimal ne Grand. Auf jeden Fall tauschen wir die. Alter! Was war anders denn? Ich brauch irgendwo einen guten Spot. Ich weiß, dass sie da sind! Scheiße, Granate! Bin direkt hinter dir! Nein! Nein! Ich kann nur dann gar nicht so viel zurückschmeißen, mit dem hier hochschmeißen. Du kannst doch auch mal zu blocken, du gefickter Lutscher! Ich kann nur noch mal zu blocken! Nein! Sie kommen genau hierher! Nein! Scheiße! Granate! Scheiße! Granate! Scheiße! Granate! Das hat mich einfach tot geblockt. Fick dieses Spielbild. Das wird ein richtiges Blutbad! Alter! Ich bin drauf und dann krieg ich gleich wieder Kopfschüsse! Naja! Lade nach! Ich bin wieder gecoot. Jetzt komm hoch! Der kommt hoch, wenn ich einen Schuss abkriege. Das ist so ein Job. Runter! 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 Granate! Ja, Sir! Zur Seite, Mann! Ich seh grad seinen Kopf, Mann! Dieses Potato-Gesicht läuft dann auch in Form. Ja, das bist du! Was? Das bin ich? Was ist denn denn? Die Sniper von da oben, aber irgendein... Digga! Granate! Weck ihr, verdammt! Ich weiß, dass sie da sind! Ich wollte unseren NPC wegmachen. Der hat mich aufgeregt. Ey! Alter, wie viel müssen wir denn von diesen Klabusterbeeren weghauen? Ich geh'n super viel, Alter! Ich rieche diese Schweine! Sie kommen! Ich steh' noch da hinten eigentlich! Ach komm, Alter! Scheiße! Granate! Ey, der wär voll drauf! Schön weggehauen! Schön weggehauen! Ey, jetzt hauen die NPCs meine Tüten weg! Okay... Okay... Da setzt du dich da rein, ne? Willst du schön weg butchern? Und dann kommen diese Motherfucker und töten deinen Sack! Was ist das denn hier, Mann? Ey, immer dieses AI-Dauerfeuer hier, Mann, oder? Die können's nicht anders, die Japaner, das ist Mut! Granate, runter! Ich weiß, dass sie da sind! Scheiße, ich kann die nicht wegwerfen, warum auch immer! Keine Stunde jetzt! Ja, Mann, ich hoffe, ich muss zwei brauchen. Kugel. Adults tot, shit. Ja, okay, okay, okay. Ich hab' mich heute getroffen. Ja, ich hab' den getüttelt, glaube ich. Ich bin tot. Ich hab' auch. No, shit, no! Fuck you, Motherfucker! Show yourself, Potato Head! Von was wurde ich hier wieder getroffen? Schiffen sind aber fitten, granate, die wieder keinen Sinn gemacht haben. Ich komme. Die kommen rein! Verlöte! Weg hier, Verlacht! Schaffen wir's! Wir haben uns in die Ecke gerät, wir spielen auch in der Fall! Wir werden diese Granaten nicht anordnen werden. Ja, dann hab' ich jetzt erstmal so... ...fatz den Headshot, so... Jetzt brauch' ich einen Rücken. Dann haben wir jetzt erstmal diese Angehungen, die gesaved sind. Könnten die NPCs aufhören, meine Tarits wegzuschießen, sondern die anderen wegschießen, die mich anschießen, das wär' Hammer. Oh, ich hab' noch zwei Leute geworfen. Achtung, granate! Sehr schön. Da muss irgendwo noch ein Potato sein. Ja, da muss irgendwo noch ein Potato sein. Oh, Junge! Oh, ich krieg' zu den U-B-Tippen direkt. Oh! 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 Ich seh' sie! Genau vorne! Okay, der ist tot! Obwohl, ob ich tot! Boah, da waren jetzt ein paar weggennailedet, muss ich sagen. Nice! Und jetzt alles wieder? Okay, dann kurz... kurz stopp! Auf die Bäume achten! Dann Vielen Dank fürs Zuschauen! und in der nächsten folge machen wir genau hier weiter haut rein und bis zum nächsten mal